so freundlich kommen zurück zu einem weiteren video viele wollten ja mal hier endlich mal ein tutorial sehen wie man jetzt robux for free bekommen viele fragen mich in meinen streams wie bekomme ich robux for free weil ich erzähle ja manchmal so dass ich premium jene jedes mal in robux for free bekommen und heute zeige ich euch das ne gibt einfach ihr braucht im microsoft edge bruder da gibt der microsoft rewards ein dann meldet ihr euch ganz normal an geht ihr hier oben rechts auf dieses symbol ja dann drückt er auf dashboard so dann erklärt ihr erstmal wieder funktioniert die sammeln punkte ja es gibt verschiedene möglichkeiten punkt zusammen die könnte hier irgendwelche sachen auswählen hier auch ne und dadurch sammeln die punkte so wenn die eine gewisse anzahl an punkten sammeln wenn ihr hier zum beispiel microsoft gut am kaufen für die die zweifel kein pc haben das natürlich auch am handy machen da ladet ihr euch einfach die bing app herunter für die jetzt wir wissen wie bing geschrieben wird kann ich ja hier anzeigen hier seht ihr auch bingende so sieht die app auch aus im app store gibt es überall und wie gesagt die die keine pc aber eine xbox können natürlich dann auch xbox gut am card kaufen dann zeige ich gleich auch wie man sich da sachen kaufen kann weil ich glaube ich habe gleich nämlich sogar wirklich genug punkte über und dann ist das perfekt um euch dann auch noch zeigen wir das hier apple zum beispiel gibt's google play sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aber ist nicht schlimm denn dafür können natürlich auch auf amazon sparen dadurch ich brauche mehr punkte wenn man es aber allem allgemein ganz easy machen will kann man natürlich auch hier gehen aber wenn ihr hier seht 1000 robux gibt es hier nur ne gibt es hier sonst irgendwas anderes ich glaube das haben sie entfernt weil es gab auch weniger als 1000 robux haben sie wahrscheinlich entfernt aber gut da zahlen wir erstmal wie die punkte verdienen oder drückt ihr einfach will drum drauf rum ne dann wird euch das vorgeschlagen klickt einfach weg ihr habt ihr schon nichts 10 punkte klickt er das auch weg das klickt er genauso weg so da haben wir jetzt schon 30 punkte heute gemacht ne dann gibt's das streak desto weiter ihr kriegt desto mehr bonus punkte kriegt ihr ne und wie weit ihr nach streaks hat falls es hier was normalerweise steht also ist normalerweise immer da könnt ihr auf status gehen da könnt ihr eure längste serie sehen falls sie mal einen tag auslässt dann verschwindet die serie erweitert ihr indem ihr den täglichen satz immer macht also über die drei sachen dass ich mal ja auch für den nächsten tag hier darum geht's kann man die drei sachen wieder anklicken also fertig machen und erweitert sich das ne ja und desto höher die streaks desto mehr bonus punkte kriegt man so wie es hier auch zum beispiel hier steht ich habe weil ich schon viele punkte gesammelt ich mache das nicht so oft aber ich würde empfehlen jeden tag einmal kurz rein zu gehen und raus wenn man es vergisst dann ist es halt so ne hat sich sein wichtig ist natürlich level 2 immer zu bleiben wenn man sieht mit level 2 ja ich habe auch xbox live gold müsst ihr nicht haben weil ihr seht ja da ist eigentlich fast alles gleich nur halt wie viel dollar also bei kreo punkte in die man rein paid ein euro so glaube ich zehn punkte genau so ist das auch bei mir ist es da 20 punkte weiter legt durch live gold habt müsste aber nicht haben so standardseite level 1 da sehen nämlich die täglichen suchpunkte die man kriegt da sieht man ja hier da gibt es ein cap also cap sehr was bedeutet begrenzung ist bei level 1 5 und die ist 50 so für die die jetzt denken was ist denn das für ein cap also wo ist die begrenzung die begrenzung die habt ihr hier hier ist das glaube ich am anfang weniger kümmert euch da nicht drum das wird automatisch erweitert indem ihr punkte sammeln also dann seid ihr irgendwann level 2 ich bleibe zum beispiel dann wenn ich die 500 punkte gesammelt habe im monat kriegt ihr wirklich so 4.800 punkte locker hin also theoretisch wenn im pc ab 5 euro pro monate locker meistens habe ich aber auch mehr gesammelt ich weiß nicht ob man das irgendwo einsehen kann ich glaube sogar schon im status wenn wir jetzt hier auf punkte verlauf gehen genau wenn ich hier hallo du sollst sie darauf drücken ach geht nicht okay aber hier sieht ihr zum beispiel wenn wir das jetzt mal grob rechnen und habe ich nichts gemacht dass ich mal schon wieder habe ich wieder auf vergessen der montag 200 die zack 200 mittwoch 200 donnerstag 200 so da könnt ihr 200 mal 30 rechte wisst ihr selber wie viel das ist kann es auch gerne mal eben ausrechnen damit er bescheid wisst 230 das sind 6000 punkte im monat das ist schon viel so das heißt ihr kriegt zu 100 prozent wenn ihr auch im pc seit fünf euro hin sechs punkte ist natürlich auch fast glaube das sind fünf euro können wir mal gucken genau sind auch fast für eure gutschein code war aber sondern könnt ihr natürlich genauso die roblox karten kaufen fünf euro und dann habt ihr auch wachsen geht natürlich auch so dann wie man dieser punkte kriegt habe ja schon gesagt klickt ihr hier einfach auf irgendwelche sachen drauf ne da kommen mal wisse bei christen müsste auch einfach nur durchskippen da ist das irrelevant was sie anklicken so gibt es sonst irgendwas hier zweite quiz ne da drückt ja irgendwas an wenn die antworten falsch sind können die trotzdem weiter klicken und das kriegt trotzdem die punkte es sei denn da ist so eine quest also ein quiz wo man links anklicken muss und rechts dies oder das heißt dieses christ immer und wenn du halt das falsch auswählst kriegst auf keine punkte aber sonst kriegst immer punkte aber das ist schlimm das macht nichts wir haben jetzt zwei spiel 14 punkte soll dann gehen wir hier drauf klicken hier irgendwas an irgendwas beim mal rein was schnell geht ihr seht ihr wir kriegen punkte normalerweise weiß ich habe ich das schon ne ok das hat gedauert aber ich war krieg punkte dauert ein bisserl jeder immer beim edge browser ne hier steht jetzt meist auf bing weil bing halt die suche ist also das ist der suchbrowser aber ich benutze auf dem pc am besten damit ihr natürlich hier das sind die desktop suchen zählt du mit bing oder ad aber ich würde euch empfehle zu nehmen damit die gleichzeitig auch dazu kriegt handy können ihr natürlich auch das machen kann ich gerne auch gleich zeigen wie das auf dem handy funktioniert das geht ganz simpel da macht er nämlich das gleiche kann ich gerne machen für die die jetzt sagen ja ich habe kein pc ich würde das gerne am handy machen ein paar punkte da könnt ihr wie gesagt diese ganzen quizze und alles genau so jetzt haben wir alle punkte fertig jetzt kann ich euch mal eben zeigen wie das am handy geht ne bitte hier wieder die suchen da können das gleich mal da können einfach irgendwas wieder rein zwei buchstaben ist ja egal was und dann kriegt ihr die punkte ob drei punkte pro suche das heißt sie macht einfach 20 habe jetzt nicht mitgezählt links werden einfach eine geht wie gesagt ganz schnell und dann habt ihr eigentlich auch die punkte so geht es halt wirklich am leichtesten ja so geht es wirklich am leichtesten wenn wir immer drum fertig ist oder das war es eigentlich auch schon das ist die leichteste erklärung wie man erstmal die punkte grindet ne um die rox karten oder mag es auch gut haben kann was auch immer kriegt ne so die punkte könnten reichen ich weiß nicht ganz genau wie viel wir brauchen das wird schon mal wochen mal lieber zum pc wieder dann machen wir das hier und gucken ob die punkte dafür reichen als nicht ist schlimm dann erkläre ich euch das hier sechs punkte fehlen ach genau was mir gerade auch einfällt wenn ihr xbox game pass habt ja oder pc game pass wie auch immer er heißt da könnt ihr ganz easy natürlich auch rüber gehen xbox app genau als ihr die habt als nicht installiert ihr euch ganz simpel zu sagen wie das geht ne dann öffnet ihr die app dann seid ihr drinnen ideal das mögliche dann geht ihr hier drauf so viel anzeigen dann geht ihr auf hier wie wort genau und dann seht ihr hier gibt's quest ja spielen sie mpc ich glaube im pc da krieg man auch noch mal punkte ja hier kannst du natürlich genauso auch die sache ein lösen das halt noch so ein extra ding was man um pc machen können ja warum handy machen das steht ja verwenden sie die xbox app für mobiltelefone so wenn der zeit bis die punkte angekommen kann ich euch ja auch mal zeigen wo am besten dieses gewisse rollox installiert wo keine inflation ist ja sowohl ich irgendwie fünf euro 90 oder so zahlt na da geht ihr dann einfach und das war mein microsoft store auflose jetzt was ist das hier ist es also weil ich das klein gemacht habe genau da gibt jetzt einfach ein ja rollox dann gibt es hier dieses rollox ja weil das was hier im browser installiert das ist ein anderes rollox als das hier dann öffnet ihr ganz mal das rollox so und öffnet sich das schon bei mir dann geht ihr nämlich hier drauf rollox dann seht ihr auch schon die preise sind ja anders so wenn er vergleich 10 euro aha also wenn die da ganz normal aufdruck da wird nicht irgendwie angezeigt du hast keinen dollar das wird dann automatisch in euro angezeigt und da können natürlich auch einfach auf premium gehen jetzt mal wo macht man nochmal premium leute ich weiß es nicht ich glaube hier genau premium so und dann seht ihr fünf euro kostet hier sind die preise anders als in dem anderen rollox in dem anderen sind das hier ob 5 euro 99 11 euro 99 und hier sparst du dir das sein deswegen sei ja fünf euro ich sehe jedes mal die dinge alle und jetzt haben wir gerade gehört auch die punkte sind angekommen ist natürlich sehr nice denn jetzt können wir hier aufgenommen hier dann gehen wir wieder auf profil anzeigen da habt ihr das gesehen punkte beansprungen da jetzt haben wir 4 169 eigentlich macht das gar keinen sinn weil er wahrscheinlich irgendeine andere quest ist noch dazu gemacht hat so dann gehen wir natürlich wieder zurück in rewards aber wir haben genug punkte dann geht auf einlösen dann geht ihr auf balks oft gut haben karten prämie einlösen und dann wieder prämie einlösen steht hier auch bestellnummer bla 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 wird gesendet so 5 euro 5 dann zeigen wir es in roblox natürlich in euro dann gehen wir hier drauf klar hier gibt es jetzt keine 5 euro das ist natürlich das ding was ich meine aber wir können dann hier drauf drücken auf 1 euro weil wenn das aufrechnen ist genau der gleich preis gut leute aber eigentlich sagen was hat auch so folgende hat euch dieses etwas längere erklärungsvideo gefallen hatte also wir gerne ein like und abonnen und aktiviert natürlich gerne die glocke damit nichts mehr verpassen würde sagen auch drei bis zum nächsten mal